An einem geheimen Ort im Norden Englands hält er sich versteckt. Der Dänemortensturm. Denn das Leben des 39-Jährigen ist bedroht. Er steht im Visier von Al-Qaida-Terroristen. Ich beobachte alles, ständig von morgens bis abends. Meine Augen scannen alles ab, die Leute, die ich treffe. Denn es gibt etliche auf der Welt, die mich töten wollen. Die englische Provinz ist die vorläufige Endstation eines Mannes, der früher selbst ein fanatischer Islamist gewesen ist. Murad al-Danmaki, so sein Name damals, persönlicher Freund des Terroristenführers Anwar al-Aulaki, Hassprediger der Al-Qaida. Doch dann wechselt Sturm die Seiten und hilft dem dänischen Geheimdienst und der CIA, Aulaki zu töten. Ich wusste, dass dieser Mann beseitigt werden musste und das war offenbar auch der Plan der CIA. Es war eine schlimme Notwendigkeit, aber sonst wären noch mehr Menschen gestorben. Die bizarre Karriere des Islamisten und Geheimagenten Sturm beginnt vor zwei Jahrzehnten in der dänischen Idylle, der Kleinstadt Korshör an der Ostsee. Morten Sturm wächst jedoch auf der Schattenseite der dänischen Gemeinde auf, in diesem Arbeiterviertel. Sein Elternhaus ist zerrüttet, Sturm wird Mitglied einer Rocker-Gang, hier bekommt er die ersehnte Anerkennung. Wir waren gute Freunde, wir liebten Waffen und Geld. Er wusste vieles über Waffen. Dieses gemeinsame Interesse, das hat uns vereint. Es war so etwas wie eine Familie auf Zeit. Es gab mehr Rückhalt, eine Identität. Aber ich suchte etwas anderes, etwas, das größer ist, nach einem Sinn im Leben. Kurz darauf meint Morten Sturm diesen Sinn endlich entdeckt zu haben, in der kleinen Bücherei seiner Heimatstadt, im Koran. Ich las die erste Seite dieses Buches, es zog mich richtig rein und ich konnte nicht mehr aufhören. Alles, was ich über mein Leben wissen wollte, stand in diesem Buch. Es war, als ob du den heiligen Gral findest. Du trinkst aus diesem Kelch und du lebst für immer. Und dieser Glaube konnte für Morten Sturm nicht extrem genug sein. Er geht nach London, hält sich im Dunstkreis des Hass-Predigers Omar Bakri auf. Fanatisch wollte er kämpfen. Vor der US-Botschaft fordert er einen islamistischen Staat radikaler noch als seine Glaubensbrüder. Ich dachte, wir gehen in die Botschaft und schlagen alles kurz und klein. Das ist Dschihad. Aber ich musste plötzlich feststellen, dass Omar Bakri und seine Leute nur hohle Phrasen gedroschen haben. Und ich wusste, ich muss in den Jemen, um die wahren Leute zu treffen. Die findet er Anfang 2006 in Jemens Hauptstadt Sana'a und Umgebung. Hier trifft er Anwar al-Awlaki, Jemens Anführer im Terrornetzwerk der Al-Qaida. Der erklärt den USA den Dschihad, fordert die Ermordung von Soldaten, plant Terroranschläge auf Zivilisten. Seine Hetztiraden bringen Sturm schließlich zum Zweifeln, zur entscheidenden Wende. Es dauert eine Weile, bis diese Software in dir installiert ist. Dann bist du dieser islamistische Roboter, der nicht mehr rational denken kann, der nicht mehr frei und unabhängig ist. Diese Software ist so gefährlich. Wenn sie in dir drin ist, dann bist du in einem Zustand, in dem du deine eigene Familie hassen kannst. Töten im Namen Allahs. Jetzt sagt Sturm dazu nein. Er will zurück nach Dänemark, ein neues Leben. Dafür wechselt er sogar die Seiten und bietet dem dänischen Geheimdienst und der CIA seine Hilfe an. Sie überlegen, wie sie den Terroristen ausschalten können. Sturm weiß, dass der fromme Prediger eine Schwäche für Frauen hat. Er hatte eine Vorliebe für blonde Frauen und besonders für osteuropäische Frauen. Sturm zeigt uns dieses Video. Diese Kroatin hat es Aulaki angetan, eine Konvertitin. In dieser Botschaft an den Islamisten zeigt sie sich zunächst züchtig im Schador. Dann präsentiert sie sich weitaus privater. Dieses Video wird zur Falle für Aulaki. Sturm schafft es in den Jemen, in sein Versteck in den Bergen. Ein Minisender führt die CIA schließlich zum Ziel. Am 30. September 2011 tötet eine US-Drohne den Terroristen. Den Erfolg aber reklamiert die CIA allein für sich. Und der dänische Geheimdienst beendet die Zusammenarbeit mit Morten Sturm. Kein Kommentar zu Sturm. Auch uns wird ein Interview verweigert. Der Ex-Islamist, der Ex-Agent, er steht seitdem alleine da. Er hat ein Buch geschrieben, auch aus Selbstschutz. Ich habe in dieser Zeit brisante Informationen gesammelt, die viel Schaden anrichten können. Sowohl in der dänischen Regierung als auch weltweit. Und deshalb glaube ich, gibt es einige, die mich ausschalten wollen. Meine einzige Verteidigung ist es deshalb, an die Öffentlichkeit zu gehen. Die Reaktion der Islamisten ist jedenfalls schon eingetroffen. Sie haben ihm ein Video geschickt, aufgenommen offenbar in Syrien, an einer Wand sein Foto mit anderen dänischen Persönlichkeiten. Die Botschaft eindeutig. Trotz dieser tödlichen Bedrohung, sagt Morten Sturm, bekomme er keinen Polizeischutz. Wohl unerfüllbar. Sein Wunsch nach einem ganz normalen Leben. Wohl unerfüllbar. Sein Wunsch nach einem wunderschönen Wegstern. Wohl unerfüllbar.